Ja, schätz mal, wie alt ich bin. Wie alt du bist? Boah, die Alte ist locker schon 90. Was sag ich denn jetzt am besten? Scheiße. Aber was ist, wenn sie viel jünger ist? Boah, ich will in kein Fettnäpfchen treten. Ich muss sie jünger schätzen, sonst ist sie traurig. Ich würde sagen... 18? Ich bin 80. Was? 70? Also ich hätte jetzt höchstens 25 gedacht.